Wo bin ich hier? Komm in die Hölle. Hier bekommst du Süßigkeiten. Und du bist ohne Eltern und kannst die ganze Nacht wach bleiben. Und musst du auch keine Zähne putzen. Schuh! Regina! Komm zu uns bitte in den Himmel. Hier im Hintergrund hörst du fröhliche Kinder, die gerade TikTok schauen. Sie dürfen es 30 Minuten lang am Tag. Und ich denke mal, das ist gut. Natürlich, statt der Zähne putzen hast du eine Paste, mit der deine Zähne sofort sauber werden. Wirklich? Also kann ich Süßigkeiten essen? Ohne Zahnschmerzen? Ja, genau. Na gut, ich lebe aber auch nicht auf der Schmalspurebene. Genauso wie du, komischer Teufel. Boah, du bist ein komischer Himmelwerter. Weißt du, was kannst du denn überhaupt? Ich ermögliche den Toten Spaß. Bei dir haben sie keinen Spaß. Ernsthaft, Leute. Ihr gebt mir beide auf die Nerven. Ich habe keine Lust mehr tot zu sein. Und ich möchte zwar keine von euch beiden sein. Weder bei dir, noch bei dir. Wisst ihr was? Bye. Oh, hi Leute. Tot sein kann ich euch nicht empfehlen. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020